ich muss euch offen sein ah ja, perfekt alles aus, Fernseher es die los geht das ist ein zweitmann so lässt es werden zu laufen erinnere jahre er wird er auch zu sein warum für mich ein Fernseher auszuschalten er hat ich bin gerade am Internet was man schon gerne gut macht nichts nichts ok glaub ich den meisten tschüss oh jetzt soll ich mal zum Hafen runterfahren ich hab gerade eh nichts zu tun blum 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 Und mein Telefon klingelt. Hallo, ich bin dich besucht. Ja, ich bin intensiv. Ja, was hast du für einen Auftrag für mich? Ja, boah. Sorry, ich habe die Handbremse angezogen, ja. Ich muss auf das Schiff gehen, da gibt es nicht die Personen, die eliminieren. Das ist ein Terroranscheid, ich will ja eigentlich einen Terroranscheid auf die Insel machen. Okay, mach ich. Ich bin hier gerade am Hafen. Passt. Tschüss, Steve. Tschüss. Ich fällst du mal. Wasser damit. Ins Wasser. Boah. Ich fällst. Ich fällst. Hier rüber. Ah, hier ist mir gehalten. Boah, war das knapp. Hab ich gar nicht noch mehr. Hier rüber. Hier rüber. Auch. Kannst du mich damit du mit dir? Ach. Guck. Ich falsch's. Ach. Ich schaffee die ... 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 Ich kann hier nicht schnell genug, wie du glaubst. auf ich sie ich habe die musik oder da dann gehen wir den Echskalon nachher Danke Die Zielperson auf jeden Fall erledigt heißt keine Gefahren mehr auf diese Insel Ich hoffe das hat keiner mitbekommen denn er hat schon ziemlich viel auf dem Potenzial Ja, sorry, aber wir wussten nicht die Kabine der ist jetzt nur, dass er auf dem Schiff ist Ok, pass, pass, pass Ich hoffe das er einfach nichts mitbekommen hat Oh mein Bruder Ja, da hat er mir schon nix Der ist auch weg Er hat er auch gesagt, ich hoffe einfach nicht dass er zum wenig gesehen hat, dass ich da war Ja, ich habe ihn schon nicht gesehen haben Ok, sieh dann bis gleich Ich bin gleich wieder daheim Tschüss Ciao Ey, yo, hast du es eigentlich mitbekommen? Da wurde so ein Unschuldiger einfach umgebracht Von irgendjemandem Von irgendjemandem Ich saß hier, war im Pool Hab ein bisschen gechillt, hab ein bisschen gezockt Und ja, dann bin ich auf die Diesel Gesessen, ja Ok, ähm Wollte davon einfach nur mal was sagen Vielleicht interessiert es dich ja, was hier passiert Oh mein Gott Ah, armer Typ Ja Wollte einfach nur chillen Aber ja, ähm Ich ruhe mich glaube aus Ich hatte ja heute einen schweren Arbeitstag Ja, ciao Ja, ciao Steve, du dreckst Huren und so Slavische, die wollen Terroranschock machen Ja, wollte Ja, rau Nein, der war unschuldig Die Polizei hat sogar hier als sein Haus zu suchen Seine Zerraschen und alles, was da halt auf dem Schiff hatte Oh, scheiße, dann haben wir die falsche Teamperson Also Es gibt halt so ne Händchen, aber der ist wahrscheinlich auch nicht Diesel oder woanders Hoffe ich würde dich nur sonst In der Gesicht Ha, wie der Typ will niemals hoch im Bunker fahren He 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 he